Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Half-Life Das Original von 1998 aus unserer kleinen Retro-Kategorie Und wir sind zurück, wir haben den Generator wieder angeschmissen Und ein Fisch, ein Fisch haben wir gefangen Letzte Folge haben wir erlegt Ja, und jetzt sollen wir durch die alten Industrieanlagen zurück In den Lambda-Komplex Wollen wir mal sehen, was hier so abläuft Bewaffnet euch Bewaffnet euch Hallo Oh Okay, wurde der jetzt erschossen? Oder haben die alle so irgendwas eingesetzt gekriegt? Pass auf, dass du nicht Richtig zu viel Lüben tust Ach, die haben einen Wachmänner Die tun mir mal leid Das waren meine Buddies Mann Was soll das? Okay, okay, okay Das ist nicht irgendwas Industriekomplex Okay, irgendwas soll ich nicht aufpassen Das ist nur wieder so ein Tri Was soll das? Okay Okay Dann nochmal Entschuldigung. Dann versuchen wir mal... Scheiße. Okay. Okay. Jetzt wird ein Bossfighter so'n Scheiß. Können wir was Besseres dann machen. Okay. Den hast du zu matchen. Immerhin ein. Hehehe. Schlauch. Ihr wisst. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das kommt. Ja. Warum ist denn keine Munizur für meine Dirty Harry dabei? Das nervt doch. Leute. Nicht viel Licht. Ach. Das sollen Insekten schwärme sein. Cool. Ja. In der hohen Auflösung sieht das wahrscheinlich kacke aus. Im. Wenn das damals 640er oder so. Oder High End war hier. Sieh mal. mit dem. In der hohen Auflösung. Ja. Das ist ganz schön. In die Falle gelaufen, die Dumpfbacke. So in der Land wollen sie sein, gell? Laufen wir voll in die Fall. Ah, okay. Okay, dann müssen wir die... Dann müssen wir die... Ich gehe mit Spionage, Hainis. Keine Dirty Harry Munition. Wie nervt das doch. Ah, nur hier ist so ein Dings. Alles klar. Das ist eine Lootfolge, Leute, oder? Das ist schon ein bisschen laut. Wir haben Betäubung. Was haben wir Betäubungspfeile? Oder können wir die... Wirken die besser bei Soldaten? Aber das sind doch Teil so Roboter, oder? Okay. Dann gehen wir mal hier hochgucken, wa? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ups. Du denkst mal speichern. Nee, das wollte ich schon nicht. Was? Surface Access. Ja, dann machen wir das. Aber erst tun wir looten. Das tun wir doch vor Bluten. Wenn wir nicht tun... Bluten. Sorry, Leute. Ihr wisst, aber dann muss ich... Falls ich totgehe. Alter. 12. Ja, ich dachte, da geht's raus. Ja. Ich dachte, da geht's raus. Okay. Das haben die jetzt gemailt, aber anders ging es doch nicht, oder? Wird geladen. Wo sollen wir drinnen hinsehören, zum Zerfahrer? Problem könnte gleich hier. Und sonst, wenn alle Bio-Einheiten sein, es wird nicht mehr im Blick sein. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Ich hab wieder nix. Ich hab... Ich hab gerade Munition für meine Dirty Harry bekommen. Ach, ne, lack mich doch. Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Ich hatte gerade mal 12 verkackte Schuss für meine Dirty Harry. Und jetzt fang ich wieder von Null an. Das ist nicht euer Ernst. Nein, scheiße, aber das ist nicht euer Ernst. Ach, fick die Hölle. Ist das fies. Ist das fies. Alter. Das ist nicht nett. Ist hier was? Nee. Boah, ist das fies. Aber cool gemacht. Ja, lack mich an, der Bub. Aber echt, die hat mich voll zumatscht. Das gibt's ja nicht. Hä? Äh... Jo? Geht er? Ah! Ah! Ah, Brechi! Brechi, wir Peter! Wir sind das Stream-Team! Komm, Brechi! Komm da oben raus? Nee, ne? Die Säcke wollten uns zum Matschen einfach so. Das gibt's ja nicht, oder? Das gibt's ja nicht. Also, ne Taschenlampe schein ich nur zu haben. Äh, ich will net, das rutscht, das rutscht, das rutscht. Ich will net. Okay, hier werden die matschigen Überreste abgehört. Gucken wir mal, ob hier irgendwas Todes liegt. Alter, das ist aber eine coole Story-Wendung. Wir sind jetzt irgendwo in einem scheiß Canyon. Alter, find ich geil. Also, es war jetzt so genug zu... Wir sind jetzt lang genug in diesem Gebäude rumgebammelt. Und jetzt ein bisschen Abwechslung. Wir sind draußen in einem scheiß Canyon. Haben sie uns in die Müllpresse geschmissen? Entschuldigung. Ich muss mir's nochmal angucken. Leg mich an, der Bub. Oh, ne. Oh, ne. Hier, was ist das denn? Alter, das ist wie in so einem alten Star Wars Serie. Kennt ihr noch den großen Hieb? Boah, Alter, den hab ich als Kind immer Angst gehabt. Der große Hieb. Das macht mir ja so ein bisschen Bammel wie beim großen Hieb. Ich säf mal ja ab, ich tauch mal rein. Ich dachte, nee, hier ist nix. Ich dachte, hier ist was versteckt. Aber nee. Alles Ivo, Finger und Pooh, Mexiko, 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 Mexiko. Achso. Haben sie gut hier löst. Boah, Bumsierle, was ist denn das? Warning, do not close. Don't feel without closing intake. Okay, ich guck mal, was da ist. Was müssen wir da machen? Wir wollen da irgendwelche Scheiße, was wir irgendwo reinkommen. Okay, wir müssen noch was machen, dass wir... Okay, wir müssen noch was machen, dass wir... Okay, es wird durch, weil ich mich näher runter. Also. Dann schauen wir mal, was wir hier machen. Ich versteck mich, ich versteck mich. Ich dachte, ich bringe was zum Überdruck. Nee. Nee, alles gut, alles gut. Ach, steht fertig. Nein, das macht... Der springt weg von... Leck mich am Arsch. Okay, nochmal. Ah, okay, ich muss wieder hoch. Das Wasser sinkt wahrscheinlich. Okay, okay, okay. Wir müssen... Was hab ich denn schon erzählt? Amda, Amda, Omega. Okay, wir trennen hier so durch die Dinge. Oh, da bin ich ja schon wieder so ein Klärwerk. Mach dich gut. Hey, Günther. Oh nein. Oh nein. Was ist das denn, Alter? Ich hab natürlich nur, um meinen Schlagdienst da immer in diesen... ...Kackpratzen vorbeizukommen. Das ist klar. Aber wir haben dort... ...was zum See. Ach, wir haben von ihm die Waffe gefeckt. Ach, wie geil. Bombe. Ihr elenden Kackpratzen. Wir haben nicht viel Muni. Wir müssen mit der Muni haushalten. Fucking shit. Jetzt sind wir... Ich hab ja genug... Ah. Immer noch einen ekelhafteren Klärwerk. Alter. So, wieder mal ein cooles Level, die sind. Scheiße. Servation area. Sind das die Atomreste, das ich Klärwerk? Scheiße, ist das. Widerlich. Okay. Okay, ich muss mit der Muni haushalten. Ah, du blödes Mistvieh. Lasse mich mal durch, mein kleines Züngli. Weißt du, wirst mich abschlappern? Scheiße. Ich muss dich den Kackpratzen doch töten. Mistviecher, echt. Du denkst dir so, ach geil. Das ist völlig in Ordnung. Ich lade dich die Uhr auf, gell? Weißt. Na. Okay, wir müssen da rausspringen, oder? Okay. Das ist die Uhrfrage. Wo müssen wir weiter? Aber, wie es hier weitergeht und was wir hier machen müssen, das seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Half-Life. Das Original aus unserer Endleser-Retro-Retro-Kategorie. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten sagt der Michael Cooper wie immer. Ciao, Willy. Ciao, Willy. Ciao, Willy. Ciao, Willy. Untertitelung des ZDF, 2020